Hallihallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute zusammen Star Wars Quadrants an. Wir haben jetzt schon mal die zwei Prologue Missionen gezockt und das war schon mal ganz cool. Wir machen uns einfach mal in der Story weiter. Da wechselt man jetzt zwischen Imperium und den Rebellen hin und her und ich glaube müssen jetzt wieder Imperium zocken. Vengard Staffel am Temperance. Hört ihr uns jetzt? Da war was mit der Langstreckenkommunikation. Wir seien jetzt schon die dritte Patrouille mit Komm-Blackouts. Kommt zurück, Gunny. Der Kommandant erwartet einen Bericht. Lousige, komm! Gehen uns stundenlang auf die Nerven. Jetzt kommen wir zu spät zum neuen Boss. Lust auf ein Rennen nach Hause, Frisk? Vielleicht schaffen wir es ja noch, bevor die Rede zu Ende ist. Keo, ich flieg nicht gegen dich. Ich habe meine Lektion schon nach den ersten zwölf Mal gelernt. Sei ruhig. Die Rede geht jetzt los. Meine Rede. Ich bin kein Freund langer Reden. Also nur ganz kurz. Es ist mir eine Ehre, die Temperance und diese Flotte zu übernehmen. Ruf und Rechtschaffenheit der Vengard Staffel sind unübertroffen. Darum sind wir ab sofort. Eine Initiative mit dem Codenamen Projekt Starhawk zugeteilt. Starhawk? Dann waren die Gerüchte über ein Geheimprojekt also wahr. Was denkst du ist es? Eine Art Waffe. Der Schlüssel zum Sieg. Wenn's den Krieg beendet, völlig egal. Mich kümmert's. Ich mag es zu wissen, für wen ich arbeite. Die guten Frisk. Weißt du noch? Die einzigen in der Galaxis, die kein Kopfgeld auf dich ausgesetzt haben? Ah, Grace. Der Tag ist noch jung. Kommt schon. Zurück zur Temporin. Wir können den neuen Bot kennenlernen und alle anderen auch, die er so mitgebracht hat. Ah, da bist du ja. Ardo hat mir bereits von dir berichtet. Ich bin Sorrel der Sage, Chefmechanikerin. Das Schiff hier, die Temperance, ist mein ganzer Stolz. Du willst dich bestimmt sofort in die Action stürzen. Wo wir schon dabei sind, da ist der Rest deiner Staffel. Hey Gani, ich hab hier deinen neuen Piloten. Geht schon mal vor, wir sehen uns drin. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Ich bin Kyra Kuba, aber du kannst mich Gani nennen. Freut mich, dich im Team zu haben. Wir reden nach der Besprechung, okay? Du trittst einer der besten Staffeln der neuen Republik bei. Ich hoffe, du wirst unseren Ansprüchen gerecht. Du solltest ihnen in den Besprechungsraum folgen. Ich glaube, unser neuer Commander wartet dort auf dich. So frei bewegen kann man sich nicht. Schade, aber egal. Ist ja auch ein Raumschiff-Ballerspiel. Ardo, unser neuer Vanguard 5. Der Pilot, der dir bei Forsterhaven den Allerwertesten gerettet hat. Ardo Baraday, Flottenspionage. Sehr erfreut. Du wurdest zur Belohnung nach Chandrila versetzt. Eine Ehre. Sehr sicher. Aber gute Piloten müssen eben fliegen. Ich brauche Vertraute. Und du brauchst doch die Action, oder? Und an der mangelt es hier in keinster Weise. Gut. Einsatzbesprechung. Willkommen zurück an der Front, Vanguard. Na denn? Sicherlich hast du bereits bemerkt, dass das Imperium unsere Kommunikation im gesamten Sektor blockiert. Ich fürchte, dass dies der Vorbereitung einer Invasion dient. Vanguard-Staffel, ihr sollt euch aufteilen, um dieses Problem anzugehen. Frisk und Grace, bringt unsere neue Pilotin an die Grenze des Brenntal-Systems. Die dortigen Späher haben sich zu lange nicht gemeldet. Findet heraus, was ihnen zugestoßen ist. Trefft dann die Staffel nahe dem Planeten Kervas. Gunny und Keo, dorthin werdet ihr euch begeben. Wäre ich noch eine Imperialerin, würde ich dort Störschiffe stationieren. So wie ich das Imperium kenne, unterbrechen sie mit den Störschiffen unsere Langstrecken-Kommunikation. Sie haben bestimmt eine Thai-Staffel im Schlepptau. Vernichtet alle Imperialen Staffeln und Störer. Die Kommunikation muss wieder funktionieren, sonst ist Projekt Starhawk in Gefahr. Sammelt euch und kehrt zurück zur Temperance, sobald eure Mission abgeschlossen ist. Legt euch ins Zeug, Vanguard-Staffel. Okay, dann will die wohl noch was finden. Meine liebe Familie baut leider Thai-Jäger für das Imperium. Und es bereitet mir unheimlich viel Vergnügen, ihre Jäger zu zerstören. Ich hoffe, dir geht es genauso. Wir sehen uns. Okay, was will der? Die? Oh, hi. Ich bin Kyo Wensi. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Wir werden gemeinsam großartige Dinge erreichen, glaub mir. Vanguard ist ein tolles Team. Ich bin früher mal Rennen gefahren, aber jetzt kämpfe ich gegen das Imperium. Das ist mein Aufstieg, was? In der Vanguard-Staffel helfen wir uns gegenseitig. Du fühlst dich bestimmt bald wie zu Hause. Ganz egal, was es mit diesem Projekt Starhawk auf sich hat. Ich bin mir sicher, dass uns die Commander davon erzählen, sobald die Zeit reif ist. Aber erst müssen wir die Speer finden. Dem Schlagsamen zufolge fliegen wir diese Mission nicht gemeinsam, aber früher oder später fliegen wir zusammen. Wir sehen uns draußen. Na denn? Ach, jetzt können wir den anderen auch noch quatschen. Na man, frühstücken wir gleich mal ab. Freut mich, dich kennenzulernen. Der Trupp nennt mich Frisk. Naja, außer Grace, die nennt mich mal meinem richtigen Namen, wenn sie wütend ist. Ich weiß, man trifft selten so gut aussehende Kerle wie mich an der Front der Rebellion. Äh, der Neuen Republik oder wie auch immer wir uns jetzt nennen. Ich habe früher in der Warenakquise gearbeitet. Du weißt schon, nach Trophäen, Antiquitäten und ähnlichen Dingen gesucht, die Sammler wert haben. Bis man dieses lästige Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat. Woher hätte ich wissen sollen, dass das Gemälde eine Fälschung war? Oder dass dieser Imperiale... Aber das ist das... Sag mal, wärst du für ein paar Runden zu haben? Natürlich würden wir um Credits. Wir sollten uns vorher erst auf den Kommunikationsausfall konzentrieren. Hm. Komm ich in die Option, ja. Weil irgendwie ist es leise. Äh, ich muss mal kurz... Gehen wir mal auf Main Audio, die ist vielleicht lauter. Jetzt kommt noch ein Messer runter, der Rest ist... ...verlaut. Endlich können wir uns ein wenig besser kennenlernen. Wie gesagt, ich bin Ghani. Bleib wachsam und mach keinen Ärger. Dann verstehe ich mich. So ein Kommunikationsausfall kurz bevor das Imperium Mimban angegriffen hat. Damals habe ich viele Freunde verloren. Aber heute kann ich mit einem Blaster umgehen. Du fliegst heute mit Frisk und Grace. Sag ihnen ruhig mal Hallo. Der beste Rat, den ich dir geben kann, ist, bei deiner Staffel zu bleiben. Klingt simpel, aber manchen Hitzköpfen und Einzelkämpfern muss es trotzdem gesagt werden. Auf zu deinem Schiff. Geht einfach ins Cockpit, wenn du soweit bist. Eine Mission? Jetzt schon? Gut. Warten liegt mir nicht. Ich hab ja einen X-Lügler für dich bereitstehen. Ein echtes Schmuckstück, wenn du... Entschuldige. Der Droide wirft mir einen komischen Blick zu. Irgendwas führen diese kleinen Rostkübel doch immer im Schilder. Jedenfalls wollte ich dir sagen, dass du dich an mich wenden kannst, wenn du irgendwas für deinen Jäger brauchst. In Ordnung? Ich kümmere mich dann darum. Wir sollten deinen X-Lügler vor dem Flug einmal überprüfen. Steig ins Cockpit, wenn du bereit bist. Ich hab nur mal laut gefrühstückt. Sieht so aus. Na dann wollen wir mal. Ah, der X-Lügler. Fundament der Rebellenallianz und unserer neuen Republik. Ein vielseitiges Schiff, das es mit jedem Jäger und Großkampfschiff der imperialen Flotte aufnehmen kann. Energieverwaltungssysteme, check. Also gut, ich installiere gerade deinen Astromekdoiden. Pass gut auf ihn auf. Ruhe, du Blechdose. Wir müssen vor dem Flug noch eine Überprüfung durchführen. Radar. Läuft tadellos. Ausrüstungsdaten. Sehen gut aus. Kampfdisplay. Check. Primäre Waffensysteme. Geladen und bereit, Tice abzuschießen. Schuhe und Wurst. Einsatzbereit. Rumpfstabilität. Könnte nicht besser sein. Alle Systeme laufen, Vanguard 5. Du wirst für den Start freigegeben. Viel Glück da draußen. Okay, los geht's. Bei mir neu formiert. Information. Und los geht es. Bleib in der Nähe, Vanguard 5. Ihr kennt die Parameter eurer Mission, Vanguard Staffel. Scouts finden und Störschiffe zerlegen. Und wieder zurück sein, bevor die Katena schließt. Das hat Commander Javes bei der Besprechung vergessen. Danke, Ardor. Wir werden vorsichtig sein. Bei Kervis sammeln. Sobald ihr die vermissten Piloten gefunden habt, okay, wir sehen uns. Euch viel Glück. Unser Sprungpunkt ist nach vorn. Unser Sprungpunkt ist nach vorn. Triebwerke laufen. Gehen wir es an, Vanguard Staffel. Davon kriegst du nie genug, oder Grace? Niemals. Gehen wir. Sensoren zeigen keine Scouts. Siehst du irgendwas, Grace? Negativ. Wir müssen hier draußen doch irgendjemanden finden. Moment, ich empfange ein republikanisches Signal. Temperance, wir haben sie vielleicht gefunden. Starke Interferenzen. Dani und Kyo werden sich gleich darum kümmern. Wir sollten das Signal untersuchen und uns dort sammeln. So. Man kann ja auch hier so eine Energie verteilen. Zwischen Triebwerke, Waffen, Schild und Ausgeglichen. Das ist unser Ziel. Jetzt aber langsam. Verdammt. Unsere Scouts haben es nicht geschafft. Das Imperium hat sie wohl zuerst gefunden. Wenn das so ist. Wo ist das Imperium? Vanguard 5. Und scanne die Trümmer. Diese Brutalität. Sogar ihren Astromech hat es erwischt. Jemand wollte wirklich nicht, dass diese Scouts heimkehren. Hey, ich empfange ein zweites Signal. Lasst uns das überprüfen. Folge mir. Das gefällt mir nicht, Grace. Verstanden. Irgendwas stimmt hier nicht. Mit etwas Glück hat irgendwas den anderen überstanden. Sei auf alles gefasst. Halt. Das ist kein Signal der Neuen Republik. Ist vom Imperium. Takk. Im Zweifel. Du bist dann Hysteral. Das ist ein Helderei. Das ist ein Helderei. Das ist ein Helderei. Es ist schön, Rückendeckung zu haben. Ich habe sie erwischt. Das war der letzte Teil. Wir müssen auch diesen Gorsanti-Kreuzer unschädlich machen. Ich habe sie erwischt. Der Gorsanti ist Geschichte. Dieser Gorsanti muss die Unterstützung für die imperialen Störschiffe gewesen sein. Wenn wir das Wrack nach dem zuletzt bekannten Kurs scannen, könnte uns das zu den Störern führen. Das ist eine klasse Idee. Vanguard 5 scannen die Trümmer. Wir halten ihr den Rücken frei. Das war's. Gut gemacht, Vanguard 5. Was haben wir denn da? Ihr Kurs führt sie zu den Koordinaten von Gani und Kyo. Wenn wir schnell sind, schneiden wir dem Imperium den Weg ab, bevor sie unsere Freunde finden. Kehre Koordinaten. Hoffentlich wissen sie nicht, dass wir kommen. Gehen wir es an. Für alle gefallenen Scouts. Du fliegst voraus, wenn du anfügst. Was auch immer uns erwartet. Wir stehen zusammen. Das ist ein zweites Stück und der Gowler weg. Weit. Zwei imperiale Störschiffe direkt voraus. Keine Spur von Gani oder Kyo. Die Quelle der Kommunikationsstörung. Frisk! Bombardiere die Störschiffe. Sicher doch, Chris. Ich glaube, wir sind weich und ihr beide strecken sie nieder. So, Raketen ausweichen. Was Neues lernen. Du kannst mit einer Rakete ausweichen, indem du mehrere scharfe Kurken in verschiedene Richtungen fliegst. Alles klar. Vorsicht! Eine Rakete verfolgt sich! Da ist jemand an meinem Heck. Wir werden gekostet. Oh, oh. Das ist gut. Die nehmen mich ins Visier? Du hast keine Sekunde an mir gezäufelt. Unser schwerer Beschuss! Du bist verfolgt! Du bist nicht. Höchst du, Franks? Fritz! Bombattiere die Störschiffe! Sicher doch, Grace! Ich klopfe sie weich und ihr beide strecken sie nieder! Der Beider packt mich gerade! Ja! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Noch ein imperialer Störer vernichtet. Gute Arbeit, Vanguard 5. Nehmen wir die restlichen Teile auseinander. Ich hab meine Schäle verloren. Ich hab meine Schäle verloren. Das waren alle. Gute Arbeit, Leute. Blödes Imperium. Versucht die doch wirklich unser Gebiet zu übernehmen. Gani, kannst du mich hören? Wir haben gerade zwei Störschiffe auf dem Weg zu euren Koordinaten erledigt. Wie ist die Lage? Wir stehen unter Schwerung des Schusses. Stärken brauchen Verstärkung. Gani und Kio sind in Schwierigkeiten. Wir müssen ihnen schnell helfen. Fliegt in Richtung Kavis. Los geht's, Vanguard 5. Und zwar die Schlauze. Wir müssen uns in Richtung Kavis. Wir müssen uns ausfüllen. Wir müssen uns ausfüllen. Wir müssen uns ausfüllen. Endlich! Ihr kommt gerade richtig! Lasst uns Ihre Tast erledigen! Die Rückkehr! Sie haben mich erfasst! Dann machen wir die Aufwertung. Es gibt noch mehr, wo die Herkunft. Der Gursati ist ins nächste System gesprungen. Haben sicher die Hosen voll. Das waren die TIE-Jäger. Das wird deinen Rumpf reparieren und dich aufmunitionieren. Folge mir. Vanguard, ein imperialer Kreuzer, beschützt den letzten Störer. All diese Schiffe zu erledigen, wird kein Kino spielen. Nicht, solange der Kreuzer Raketen hat. Wir halten Gegenmaßnahmen bereit. Wie sieht der Plan aus? Wenn wir die Störer zuerst ausschalten, können wir die Temperance um Verstärkung bitten. Deshalb hast du das Sagen, Gally. Vanguard 5, auf die Störer konzentrieren. Also gut. So, noch mehr Störer, noch mehr Gegner. Los geht's! Der Feierkrieg ist erfasst! Die Gehäte! Die Vordelsicht! Hältst du mich! Hast du ein Glück, dass ich da bin! Danke! Wir haben mich erfasst! Warte, den Weg frei! Das war mir zu knapp. Wir haben mich erfasst! Wir haben mich erfasst! Ich werde geschossen! Hab ich dich! Das war mir zu knapp. Das war mir zu knapp. Ich werde geschossen! Wir haben mich nicht erfasst! Ich bin mir jeden locket! Der Fein hat mich im Visier. Das war der letzte Störer, die Kommunikation der Neuen Republik ist wiederhergestellt. Kommander James, wenn Sie mich hören, wir brauchen Verstärkung an meiner Position. Wir brauchen Verstärkung an meiner Position. Bombardiere dieses Schiff. Ganz genau, Kio. Mega, Verstärkung ist eingetroffen. Jetzt wird das Imperium leiden. Sie nehmen mich ins Visier? Knappe Sache. 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 Staffel kommandieren zu dürfen. Zurück zur Temperance. Danke, Commander Javes. Wir werden die gute Arbeit in der Kantine feiern. Los, verschwinden wir von hier, Vanguard. Tolle Leistung, Team. Die erste Runde geht auf Frizz. Willkommen zu Hause, Vanguard. Ich fürchte, für Feierlichkeiten bleibt keine Zeit. Wir haben einen Besucher und eine Mission. Wird euch interessieren. Zwei Abzeichen. Könnten aber mehr sein. So schnell wird sich das Imperium nicht wieder in unser Territorium wagen. Dank unserer neuen Pilotin. Ja, und dem Rest von uns. Das ist kein Wettrennen. Wir sind ein Team. Du hast recht, Gani. Aber trotzdem, echt gut geflogen. Wo wir gerade vom Fliegen reden, das erinnert mich an das Drachenlochrennen vor ein paar Jahren. Hast du dir das angesehen, Kyo? Na klar, hab das ganze Rennen im Holonet mitverfolgt. Ja, ich auch. War von Anfang bis Ende mit dabei. Aber ich weiß nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich glaube, das war einer von den Äscher-Fillingen. Nein, warte, Dellen Book. Ja, der war es. Mann, der hatte es damals echt drauf. Die einzige Person, die in das Wachterreiche wünscht, ist Kyo. Ach, hör auf. Dellen Book hat neun Meisterschaftstitel. Ich hab gerade mal fünf. So unterhaltsam das Thema auch ist, Commander Javes meinte, jemand Besonderes wartet auf uns im Besprechungsraum. Finden wir heraus, was als nächstes ansteht. Der Commander wartet. Angeist bereit. Alle Piloten fleren, Jäger. Und wo ist er jetzt? Ich drängte ihn mit der Talos-Gruppe von einem medizinischen Konvoi Richtung Yavin. Er steckt in Yavins Atmosphäre fest. Kein Hyperantrieb. Für die Talos-Gruppe allein sind zu viele Jäger vor Ort. Wäre gut für uns beide. Ah, ein Besucher. Weijan Tillis, Renegatenstaffel. Ihr seid wohl dafür verantwortlich, dass meine Kommunikation wieder funktioniert. Ich hab ein Problem mit einem Sternzerstörer, bei dem mir Vanguard möglicherweise helfen könnte. Wir brauchen einen Sternzerstörer für Projekt Starhawk. Intakt. Zeigen wir, was Vanguard kam. Wedge, und bitte. Ihr habt das vermutlich alles schon mitbekommen. Die Talos-Gruppe hat den imperialen Sternzerstörer Victorum über den Planeten Yavin eingekesselt. Wir müssen ihnen helfen, ihn kampfunfähig zu machen und zu übernehmen. Wir müssen zunächst einmal die Geschütze ausschalten. Dann wird der Rest wesentlich einfacher. Wenn wir auch das Zielerfassungssystem zerstören können, verschafft uns das noch etwas mehr Zeit. Anschließend müssen wir den Sternzerstörer zum Entern klar machen. Dafür müsst ihr eine potenzielle Schwachstelle im Rumpf der Victorum ausfindig machen. Am besten in der Nähe der Brücke. Sobald ihr eine gute Stelle gefunden habt, bombardiert sie, bis der Rumpf durchbrochen ist. Wir können jedoch davon ausgehen, dass die Victorum noch immer einige Thai-Jäger im Hangar hat. Und die werden versuchen, uns aufzuhalten. Sobald alle Ziele ausgeschaltet wurden, kann die Entermannschaft übernehmen. Während unsere Truppen die Brücke einnehmen, wird Vanguard die Außenseite beschützen. Für den Fall, dass feindliche Verstärkung eintrifft. Sobald das Team die Brücke eingenommen und die Kontrolle über den Sternzerstörer erlangt hat, treffen wir uns mit der Temperance. Okay, das klang jetzt so, als ob das Stehlen eines Sternzerstörers eigentlich ganz einfach wäre. Hoffentlich habe ich recht. Entschuldige die übereilte Vorstellung. Die Talos-Gruppe verlässt sich darauf, dass sie... Dein Commander meint, dass du Talent hast. Normalerweise würde ich die Renegaten-Staffel damit beauftragen. Aber Generous Syndulla hat mich vorübergehend Projekt Starhawk zugeteilt. In der Zwischenzeit kümmern sich die Renegaten um... ...eine andere vertrauliche Ange... Euer Commander und ich haben etwas gemeinsam. Auch ich bin früher für das Imperium geflogen. Mich der Rebellion anzuschließen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Na gut, das war ein nettes Gespräch. Aber die Talos-Gruppe wartet auf uns. Ein Sternzerstörer. Verlangst du ihn da nicht schon ein wenig zu viel ablenden? Vanguard wird damit klarkommen. Oder etwa nicht? Außerdem braucht Projekt Starhawk den Sternzerstörer für... Na, du weißt schon. Wedge hat sich in der Schlacht von Yavin einen Namen gemacht. Er kennt das System besser, als es das Imperium je kennt. Ihr kämpft in einem ehemaligen Gebiet der Rebellion. Wenn Wedge also einen Ratschlag hat, solltet ihr lieber die Ohren aufsperren. Denkt außerdem daran, dass auch ein verwundeter Krakana noch zubeißen kann. Seid vorsichtig in der Nähe. Brecht auf, so früh ihr könnt. Okay. Okay. Wir sind also auf dem Weg nach Yavin. Mit wichtiger Gesellschaft, wie es aussieht. Und jetzt wissen wir, dass Projekt Starhawk einen imperialen Sternzerstörer benötigt. Das allein würde die Geheimnistourrei nicht rechtfertigen. Leider wird das keine leichte Angelegenheit. Selbst ein beschädigter Sternzerstörer verfügt über unzählige Panzerungen, Geschütze und Schilde. Mein armer, intoleranter Vater nannte Sternzerstörer immer die Fäuste des Imperiums. Aber sie sind nicht unbesiegbar, wenn man gut ist. Und auf nach Yavin. Verschwinden. Der Kommander will, dass du diesmal einen X-Flügler fliegst. Ich habe ihn für dich mit Ionenraketen ausgestattet. Damit lassen sich feindliche Jäger sowie Subsysteme von Großkampfschiffen lahmlegen. Ich habe ihn für dich mit Ionenraketen ausgestattet. Javin Prime. Dieser Ort weckt immer wieder Erinnerungen. Hoffen wir mal, dass uns das Skywalker-Glück heute heute ist. In Ordnung. Bereit, Vanguard? Wir stürzen uns jetzt direkt in die Action. Vanguard, folgt ihm. Talos-Anführerin hier. Ich erbitte sofortige Hilfe. Captain Antilly ist in Begleitung der Vanguard-Staffel. Hier, um zu helfen. Verdammt gut, dich zu sehen, Witch. Wir hatten schwere Verluste. Der Sternzerstörer muss gestoppt werden. Keine Sorge. Wir sind hier, um ihn zu capern. Ihn was? Seid bereit. Abfangjäger. Die sollten wir zuerst loswerden. Konzentration, Vanguard. Priorisiert eure Ziele und greift an. An deiner Seite. Wir haben mich erfasst. Steh aus der Beschuss. Das tut mir selbst. Sehr gut. Dreck die Imperialen zurück. Geht klar. Du bist jetzt sicher. Guter Schuss. Ion-Rakete an ihr Sitzelbegekläden. Wir erledigen den Rest. Der Sternzerstörer hat noch ein schwach Tyre-Pangjäger gestartet. Boxer bleiben. Sollt. 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 Der Fall ist ja fast. Alles wieder im Loth. Nicht zu lange in den Wolf bleiben. Selbst in dieser Höhe kann die Hitze dein Schiff rumtun. Fast alle erledigt. Dann bloß nicht aufhören. Ich hab ihn gefasst. Das war's. An und Tais besiegt. Gute Arbeit, Benkart. Hab ich dich. Okay, bei der Tranosanführerin sammeln. Witch, wir hatten schwere Verluste. Wir benötigen Reparaturen. Danach sollten wir verschwinden. Verstanden, Taisanführerin. Keine Sorge wegen der Imperialen. Wir halten sie auf Trab. Ihr wollt wirklich den Sternenzerstörer stehlen? Das ist der Plan. Okay, Benkart. Mir nach. Begeben wir uns zu Victorum. Konzentriert eure Schilder, bevor sie das Feuer eröffnen. Noch ein Video. Oh. Schalter das Telefassungssystem aus. Fass los. Energie auf die forderen Schilde. Und des ganzen Schadens ist dieses Ding noch gefährlich. Darum hat die Talos-Gruppe bei der Verfolgung so gut hättet. Ich wollte die Victorum brennen sehen. Aber sie stehlen. Das gefällt mir noch viel besser. Der Ball kann nicht im Visier. Die Laufassung des Sternenzerstörers ausges- Alles sicher für die U-Flügler. Das ist unsere Chance, den Sternzerstörer einzunehmen. Wenn wir die Brücke erobern, haben wir Zugang zu den internen Systemen. Es geht nach einer Fahrstelle, an der die Endermannschaft einsteigen kann. Du bist da, Fynn. Ein Sternzerstörer aufbrechen. Genau wie in alten Zeiten. Aufpassen, Vanguard. Gani packt ihr Märchenbuch aus. Fynn kennt's noch nicht? Bestimmt. Sagt mir Bescheid, wenn ich meinen Funk wieder anschalten kann. Hier, wir können das Team hier einschicken. Imperiale Jäger im Anflug. Fynn, immer fester, okay? Wie ist es hinter dir her? Hey, Fynn, wie wär's, wenn du dir die Schwachstelle vornimmst? Das ist ganz schön unhöflich. Der Fall erfasst sich gerade. Direkt in den Müllschlucker. Bringt jetzt die verbleibenden Jäger zurück. Säubert den Himmel. An deiner Seite. Nicht alleine Schaden. Es kommt immer wieder zu mir an. Da gräben Abfangjäger an mir. Kannst sie nicht abschütteln. Vanguard 5, hilf ihm. Erwischen. Ich fühl mich schon besser. Ich denke, hier wird sich in der Klemmer. Meine Schäden sind deaktiviert. Um den kümle ich mich. Das heißt, es wird so. Das nenne ich Teamwork. Fynn, bewege mich und hilf Rissen. Im Sektor-Fünde sind sie abfiguriert. Ja. Danke, Fynn. Ich schulde dir was. Stoßen wir diese Jäger. Das war's. Alle Jäger zerstört. Runde Arbeit. Urflügler sind schon auf dem Weg. Wir bringen die Eltermannschaft sicher ans Ziel. Folgt mir zum Treffpunkt. Wir geben in Deckung. Vanguard. Los jetzt. Los jetzt. Los jetzt. Los jetzt. Wir haben euch im Blick. Seid ihr bereit für einen Sternzerstörer? Verstanden, Käpt'n Anzeles. Bringt uns hin, wir übernehmen dann. Ihr habt's gehört, Vanguard. Bringt die U-Flügler in ihre Position. Seid vorsichtig. Und die Mannschaft für Sternzerstörer? Wenn unsere Eltermannschaft die Brücke übernimmt, schalten Sie die internen Sicherheitssysteme aus. Die Mannschaft wird kein Problem sein, oder Computerzugang und mit verschlossenen Panzertüren. Da ist ein imperiales Trägerschiff. Sie schicken Verstärkung. Wir werden Victorum nicht kommt vorgeben. Vanguard, schieß diesen Kreuzer ab. So, jetzt wollte ich mir jetzt wieder versuchen. So, jetzt wollte ich mir jetzt wieder versuchen. Okay. Wo sind denn alle Feinde? Treffer kassiert. Entor-Mannschaft hier! Schwachstelle wurde gesichert! Wow! Ion-Raketen sind super gegen Schäde! Ich versuche uns als Trägerchef! Bleib dran! Oh Mann! Ich liebe meinen Job! Gleich haben wir Swing up! Erledigt dieses Trägerschiff! Wir werden es schaffen! Sind aber fast noch der Weifel! Ha! Trägerschiff zerstört! Endlich! Hervorragende Arbeit! Okay! Anledigen wir den Rest! Die Brücke ist versiegelt! Wir schneiden uns den Wegfach! Auf Wiederweg! Ich nehme mich ins Visier! Alles wieder im Lohn! Was ist mein Ziel? Was ist mein Ziel? Das ist mein Ziel! Hier ist die Brücke! Wie ist das? Jetzt nicht nachlassen. Gehe unter Beschuss! Alle Erwählen. Okay, an meiner Position sammeln. Ja! Zu mir, Vanguard. Informieren uns bei der Victorum. Die Händermannschaft könnte Unterstützung brauchen. Wir haben die Panzertür fast offen. Noch ein imperiales Trägerschiff. Jetzt sind es drei Trägerschiffe. Das sind viele. Bereit machen, Leute. Wir sind drin. Übernehmen die Kontrolle. Jetzt. Der Sternzerstörer ballert seine eigene Trägerschiffe ab. Wundervoll. Ja, das Schiff hört uns. Ihr habt es nicht geschafft. Und Projekt Starhawk hat jetzt einen Sternzerstörer. Aboah. Neues Spielzeug. Ab hier übernehmt ihr Vanguard. Ich escortiere die Talos-Gruppe zu einem sicheren Zuflugsauss. Ausgezeichnete Arbeit. General Syndola wird beeindruckt sein. Wedge Ender. Ja, allein für den Singleplayer ist schon eine klare Empfehlung. Da es ja gerade im Sale ist für, ich glaube, 24 Euro. Kann man da gedroht zuschlagen. Oh, volle Medaillen. Also, danke fürs Zuschauen. Schaut es euch an. Momentan im Sale. Herbst Sale bei Steam. Bis bald. osnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosnachosn